So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update. Wir haben uns nochmal deutlich weiter nach unten geschraubt, seitdem wir gestern Abend darüber gesprochen haben, wir haben eine nächste wichtige Haltestelle erreicht. Wir werden in Kürze darüber sprechen. Wichtig ist, hier einmal auf Wochenbasis jetzt den gesamten Kontext zu sehen. Punkt 1, wir haben diesen Schatten, den wir jetzt seit mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Wochen im Visier haben, vollständig gefüllt, sind sogar darunter gebrochen. Das heißt also, für dich schon mal der wichtige Hinweis, wenn wir solche sehr großen Bewegungen sehen und solche großen Gaps sehen, gehe im besten Fall nicht davon aus, dass das eine Korrekturimpuls oder eine Korrekturbewegung darstellt, sondern diese, wie ich sie nenne, wie ich sie getauft habe, Richtung Storch oder Richtung Schatten, können letztendlich andeuten, dass da noch sehr, sehr viel Liquidität liegt, die vom Markt geholt wird. Und das sehen wir immer und immer wieder. Und das haben wir gerade bei Bitcoin jetzt, bei diesen großen Bewegungen, sehr häufig dann auch bestätigt bekommen. Was wir letztendlich auf Wochenbasis betrachten müssen, wir haben diese dynamische Unterstützung gebrochen, inklusive Retest bestätigt bekommen. Jetzt geht es weiter nach unten. Nächster Punkt ist, wir haben diese dynamische Unterstützung gebrochen. Das heißt, die zweite Faltigkeit, inklusive Retest, der in dieser Kerze ja stattgefunden hat. Dann haben wir sogar eine weitere, deutlich passivere dynamische Unterstützung gebrochen bekommen. Und wenn wir darunter schließen, dann sieht es echt übel aus für Bitcoin. Dann sieht es echt nicht gut aus, weil dann könnten wir möglicherweise auf dieses Volumencluster hier zusteuern, mit dem wir, ja, 2021 waren Mitte letzten Jahres. Das heißt, wir würden möglicherweise nochmal unter die 40k fallen, Richtung 35 bis 38k wäre dann auf Wochenbasis unser erstes großes Ziel. Das könnte dann den wirklich langfristigen Kaufbereich darstellen. Müssen wir auch bis dahin schauen, wie sich der Markt entwickelt. Wenn du gestern im Webinar dabei warst, dann hast du Informationen bekommen, warum Vorhersagen Unsinn sind. Deswegen auch hier bringt es nichts zu sagen, der Markt wird und der Markt hier und da. Der Markt kann. Und wenn er es macht, müssen wir reagieren. Wenn er es nicht macht, müssen wir auch reagieren. Dafür werden wir als Traderin oder als Trader bezahlt. Vielleicht ist es auch mal spannend, in den Monatschart zu gehen. Im Monatschart sind wir natürlich noch in einer Aufwärtsbewegung, weil das letzte Tief, was hier stattgefunden hat, bei 35k lag. Das heißt, solange wir auf Monatsbasis nicht unter die 35k fallen, sind wir tendenziell noch in einer Aufwärtsbewegung. Trotzdem auch hier wichtig, zwar haben wir hier ein neues Hoch gebildet, aber das neue Hoch hat nur einen ganz, ganz kleinen Vorteil erreicht. Also dieses All-Time-High, auf das wir dann letztendlich per Schlusskurs gekommen sind, nicht den höchsten Kurs, der jemals erreicht wurde, sondern per Schlusskurs, Preis-Action-Basis, zeigt nur ein ganz knappes, höheres Hoch. Was bedeutet, die Marktdynamik nimmt hier deutlich ab. Und dementsprechend können wir nicht direkt Schlussfolgern, dass wir hier so einen Trade oder so einen Trend nach oben bekommen. Ich glaube, ich habe, habe ich gestern abends noch hochgeladen auf Instagram, ansonsten werde ich es gleich machen. Ein Bild oder quasi so eine kleine Zusammenfassung, wie ein starker Trend aussieht und wie ein schwacher Trend aussieht. Und so sieht definitiv ein schwacher Trend aus, wenn wir knapp höhere Hochs bekommen und der Markt sofort abverkauft wird. Das hier ist ein starker Trend, wo der Markt hier vorherige Hochpunkte letztendlich deutlich übertrumpft und dann auch erstmal ordentlich zurücklegt. Diese Imbalance, die über Hochs entstehen, dass die zeigt, hier sind ganz wenig Verkäuferinnen und Verkäufer. Aber hier sehen wir ja, dass das vorherige Hoch direkt abgefangen wurde. Und, und das ist einfach eine Sache, die hat sich halt leider geändert. Was wir hier gesehen haben, diese starken Bounds, die Möglichkeit besteht, dass es nochmal passiert, zu 100%. Aber zu diesem Zeitpunkt hier wurde letztendlich nicht angekündigt, dass die Zinsen in wahrscheinlich schon zwei Monaten erhöht werden. Das heißt also, der Marktkontext hat sich geändert. Und das ist letztendlich zugegebenermaßen das Schwierige, aber auch das Wichtige, dass wir nicht einfach holzkopfartig versuchen, das, was schon mal passiert ist, genau blind nochmal zu machen. Jetzt haben sich Dinge geändert. Die Zinspolitik ist kein Phänomen, was sich von heute auf morgen ändern wird oder letztendlich, was von heute auf morgen verschwindet. Entsprechend groß ist letztendlich die Wahrscheinlichkeit oder einfach der Hinweis, dass letztendlich für die nächsten Wochen und Monate und vielleicht sogar zwei, drei Jahre, Das ging für uns beängstigend, weil es die Vision, wir können mit Bitcoin von heute auf morgen reich werden, deutlich, deutlich in die Bredouille bringt. Nochmal der Hinweis, das ist kein Vehikel, um leicht oder schnell reich zu werden. Börse ist der schwierigste Weg, um schnell Geld zu machen. Immer wieder vor Augen führen. Entsprechend, das nur jetzt mal auf Monatsbasis, aber auch hier, falls wir letztendlich diese dynamische Unterstützung auf Monatsbasis irgendwie stützen können, bräuchten wir jetzt bald die Reaktion. Aber das Momentum spricht gerade eher für weiterfallende Kurse. Soviel auf Monatsbasis, auf Wochenbasis haben wir hier dann entsprechend auch unseren Support ein bisschen weiter unten. Nach wie vor der nächste große Support, der unter den 39k liegen würde, wir sprechen jetzt gleich nochmal drüber, wäre dann tatsächlich bei den 35 bis 37k, wo sich auch gleitende Durchschnitte EMA 110 und EMA 100 letztendlich befinden, letztendlich in Konglorat mit diesem Volumenprofil. Gehen wir mal auf Tagesbasis. Da haben wir gestern eine dynamische Unterstützung eingezeichnet, von der wir gesagt haben, die müsste jetzt halten. Und die hat nicht gehalten. Die hat heute Morgen den Ausbruch gezeigt, weswegen wir da auch nochmal einen deutlichen Impuls bekommen haben. Das waren nicht 2, 3 Dollar, um die Bitcoin gefallen ist, sondern wir haben hier nochmal einen deutlichen Impuls gefunden. Und, und das wirst du im Laufe der Videos immer wieder mitbekommen, wir sprechen von einer Numerik, dass beim vierten Test häufig der Durchbruch stattfindet. Und verrückterweise, das wirst du auch nicht in Lehrbüchern finden, sondern das ist einfach meine Empirie, die sich seit über mittlerweile elf Jahren, ich bin im zwölften Jahr an der Börse, als sehr, sehr statistisch signifikant letztendlich dargestellt hat. Erster Test, zweiter Test, dritter Test, vierter Test der Durchbruch. Ja, und deswegen sehen wir sehr, sehr häufig, dass der Markt beim vierten Test durchbricht. Also weswegen der vierte Test der Fall ist, sehr gut. Wir können das so argumentieren, dass wir sagen, wir haben sowas wie ein Doppelbottom oder ein Doppeltop, je nach Ausrichtung. Dann wird der Markt sehr stark rejected. Dann kriegen wir hier letztendlich den dritten Test, der nach langer Zeit so einen Widerstand oder Unterstützung nochmal antesten kann. Und dann kommt Volumen in den Markt und dann kriegen wir letztendlich bei schnellerer Erholung dann die nötigen Impulsen, die nötige Dynamik rein. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch hier eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehen. Und diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, Achtung, nicht zusammenschrecken. Eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation wird erst dann aktiv, wenn wir die Nackenlinie, also die dynamische Unterstützung gebrochen haben, wird erst dann aktiv. Nicht zusammenschrecken, ich mache jetzt einfach mal was, wie wir die Projektion der Bewegung weiterführen würden. Und das wäre vom Kopf zur Nackenlinie und das beim Durchbruch nach unten fortgesetzt, wäre 14.700 Dollar. Keine Sorge, die Chart-Formationen, wir finden sie immer und überall. Deswegen wirst du bei mir auf dem Kanal nicht viele Chart-Formationen finden, weil die ergeben sich als Konsequenz des Handelns. Aber wir privaten Retail-Trader denken, wir haben das Rad neu erfunden und wir nutzen das letztendlich als Ausgangspunkt für unsere Trades. Absoluter Humbug. Dementsprechend alle Schulter-Kopf-Schulter-Formationen, die wir finden, sollten einfach wenig Beachtung geschenkt bekommen. Weil letztendlich, wir sehen auch hier, dass wir den Kopf natürlich nicht vernünftig herauskristallisieren können. Die Schulter ist nicht sauber und so weiter und so fort. Von daher einfach immer sehr, sehr skeptisch sein, wenn wir letztendlich von diesen festen Chart-Formationen sprechen. Trotzdem, was ein Fakt ist, wir sind hier durch diese dynamische Unterstützung gebrochen, sind jetzt hier weiter nach unten gekommen. Das Volumen hat deutlich zugenommen auf die dynamische Unterstützung. Da weißt du spätestens seit dem Webinar gestern, warum das Volumen, was auf so einen signifikanten Bereich, auf so eine Schlüsselzone führt, warum das extrem wichtig ist. Wir sehen Durchbruch nach unten, Gleitende Durchschütte stützen die Bewegung nach unten, Struktur nach unten. Hier spricht alles dafür, dass wir weiter nach unten gehen. Wir können auch hier einfach mal die Dynamik spielen lassen und sagen, wenn wir eine A, B gleich C, D Korrektur bekommen, die möglicherweise nicht unbedingt ganz sauber ist. Also normalerweise hast du bei einer A, B gleich C, D Struktur, hast du einen Puls, der durch die Punkte A und B festgelegt wird. A, B. Und das nimmst du als Anhaltspunkt, um eine 61,8% Retracement Struktur zu sehen. Zum einen 60,8% Fibonacci, was dann letztendlich den Punkt C bildet. Und von diesem Punkt C kriegen wir genau die gleiche Distanz A, B zurückgelegt und kommen dann oben ans 1,27% Fibonacci Level rein nach Verhältnismäßigkeiten. Das Ding ist jetzt hier, wenn wir das Ganze mal betrachten, dass wir letztendlich hier ein 23,8% Retracement maximal haben. Von daher sollte die A, B gleich C, D Struktur nicht unbedingt signifikant hier ins Gewicht fallen. Trotzdem, wenn du irgendwann damit konfrontiert wirst, möchte ich dir einfach den Hinweis geben, dass diese Strukturen existieren und du weißt, wie du sie letztendlich in den Kontext nimmst. So, wenn wir heute auf Tagesbasis unterhalb dieser dynamischen Unterstützung schließen, dann sieht es letztendlich relativ schwierig aus, weil dann ist noch Platz nach unten und wir haben in den vergangenen Videos darüber gesprochen, das hier ist das letzte Strukturtief und möglicherweise werden Stopps darunter liegen. Das heißt, unsere nächste Haltestelle ist definitiv 39k. Sollten wir da kaufen, ich sag mal so, wenn du ganz langfristig ausgelegt bist und sagst, irgendwo will ich kaufen, kannst du das tun. Ich würde trotzdem darauf hinweisen und sagen, warte lieber auf die Price Action. Schau dir gerne das Webinar, die Aufzeichnung von gestern nochmal an. Da sprechen wir darüber, dass Volumen definitiv in den Support Bereich kommen muss, um Liquidität bereitzustellen, um letztendlich auch für steigende Kurse zu sorgen. Also das ist ein wichtiger Faktor. Nicht einfach reinkaufen, nur weil da ein interessanter Bereich ist. Wir brauchen auch die Reaktion. Wir brauchen das Smart Money auf unserer Seite. Dann gehen wir mal auf kleinere Zeitanheit und schauen uns an. Ja, die Abwärtsstruktur, die ist vollkommen intakt. Haben hier in den letzten zwölf Stunden nochmal einen ordentlichen Impuls nach unten bekommen. Natürlich auch hier Möglichkeit, dass wir erstmal in diesem Bereich des Retests um die 43k gehen. Heute ist gegeben. Trotzdem müssen wir ganz klar sagen, die Indizes, die schwächeln. Die Indizes schwächeln. Das hat letztendlich auch zur Folge, oder ist die Folge, wie besser gesagt, ist die Folge der Zinspolitik, die von der Fed, von der Federal Reserve in den USA letztendlich angesteuert wird. Nämlich, dass das Tapering beschleunigt wird. Ja, dass die Anleihen letztendlich runtergefahren werden und dass die Zinsen erhöht werden und potenziell schneller, als wir das erwartet haben. Von daher können Risikoassets wie Bitcoin und Co., aber auch Aktien, Tech-Werte in ordentlichen Abverkauf kommen. Auch das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das heißt, auf solche News reagiert der Markt in der Regel nicht mit einem Crash. Aber was natürlich passiert, das wird tranchenartig verkauft. Und deswegen kann so ein Trend jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre andauern. Was für dich auch bedeutet einfach, keine Sorge, das heißt nicht, dass Bitcoin stirbt. Aber das heißt, wenn du in den Markt gehst, solltest du einfach schon die Perspektive haben, dass du letztendlich vielleicht ein bisschen langfristiger investieren musst. Dieser Bullrun kann damit zumindest erstmal in Stocken kommen. Und das sehen wir ja hier eindeutig. Wenn wir mal auf die kleinere Zeit anhalten, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wir sehen hier letztendlich, der dynamische Widerstand hat wunderbar seine Hand darüber gehalten. Genau aus diesem Grund versuche ich immer und immer wieder darauf hinzuweisen, nicht wenn der Markt ein höheres Hoch macht, ist das Ding interessant, sondern wenn der Markt ein höheres Tief macht. Das ist hier nicht passiert. Wir haben gesehen, dass wir kein höheres Tief bekommen. Entsprechend deutlicher Abwärtsimpuls. Und so sehr die FOMO auch kickt, wenn wir höhere Hochs bekommen, heißt das noch gar nichts. Wir brauchen höhere Tiefen. Dies hier haben wir in der Folge keine höheren Tiefs bekommen, bevor die dynamische Unterstützung brach und dann uns hier deutlich tiefere Kurse beschert hat. Und das ist hier wieder passiert. Wir haben das höhere Hoch bekommen und wieder nach unten. Und falls wir hier möglicherweise sogar wieder kein höheres Tief bekommen, dann kann es wieder nach unten ziehen. Klar, die Wahrscheinlichkeit nach diesen starken Impulern, dass jetzt irgendwann die Korrektur mal kommt, dass irgendwann der Boden gefunden wird, wird immer größer. Aber auch hier lieber ein paar Tage abwarten, lieber warten, bis wir hier möglicherweise in dem Bereich unsere Stabilität bekommen, unser Volumen reinbekommen, um dann auch etwas langfristiger in den Märkten für mögliche Kaufpositionen zu sorgen und zu suchen. Hier haben wir so einen Turncode Support, der interessant sein könnte. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen warten, müssen jetzt ein bisschen stabil bleiben. Wenn wir dann hier diesen Turnaround sehen, alles wunderbar. Wenn nicht, kann uns das Ding wirklich deutlich um die Ohren fliegen. Von daher ein bisschen aufpassen, ein bisschen Sorgfalt auf jeden Fall tragen für das Geld, was du da investierst. Und je klüger, je disziplinierter und geduldiger du das machst, desto besser wird das Ergebnis. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Start in diesen Freitag. Ich glaube, wir haben Freitag heute. Lass dir gut gehen. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich dann später wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.